Und da sind wir wieder bei Skyward Sword. Beim letzten Mal wurde Zelda von Ghirahim, Ghirahim, dem Dunkel-Homo-First entführt. Und, äh, ja, wir haben herausgefunden, Ghirahim ist ein Schwert. Wir mussten uns erstmal den kompletten Siegel, Hain, die Spirale runterkämpfen. Und jetzt haben wir beim letzten Mal schon angefangen, ihn fertig zu machen. Jetzt wollen wir ihn hier richtig fertig machen. Ah, ne, wir müssen... Wahrscheinlich gucken, dass wir ihn... Okay. So, wir müssen uns nämlich... Wow! Okay, wir müssen ihn irgendwie... Aua! Du Sau! Hau drauf! Los! Aua! Ich hasse die Dinger! Das hilft nicht! Okay, es hat doppelt geholfen. Hoffe ich mal, wenn der Himmelsstrahl noch aufgeladen ist. Komm her! Dieser verfluchte Wicht! Was ist das denn? Alter, pack das Ding wieder ein! Was ist das denn für Teil? Alter! Und ich hab hier nur meinen Zahnstocher oder was? Aua! Ah! Ah, komm! Ah, erneuert das, okay. Und Bams! Huch, das war's schon? Sagst du noch was? Das kann nicht sein, von einem Menschen geschlagen. Warum hab ich wieder verloren? Wie ist das möglich? Wer... Bist du? Oh nein! Aber freu dich nicht zu früh. Denn während unseres kleinen Geplänkels habe ich das Ritual fortgesetzt. Der Dämonenkönig wird der Göttin ihre Seele entreißen und durch ihre Kraft endlich zurückkehren. Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Was ist das? Oh nö! Oh nö, nö, nö! Nicht dieses Ding wieder! Wie? Dagegen soll ich jetzt kämpfen? Oh nein! Schrei mal nicht so rum hier! Sollen das! Oh fuck! Oh fuck! Es ist vorbei! Die Welt, sie wird meinem Gebieter gehören! Äh... Was ist das denn? Alter! Was? Willkommen zurück! Mein Gebieter! Äh... Alter! Der hat... Kiraheim... Mal eben so... Hat er den... Umgebra... Was? Ähm... Alter! Der sanft, das schwert der aus mir raus! Und er freut sich auch noch! Dieser masochist! Der hat auch eine fette Klinge! Wo sind wir denn hier? Die Größe ist völlig unentscheidend Alter Guckt euch diesen Koloss an Da ist auch was Triforce aus seinem Schwert Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal Du bist also der Kämpfer der Göttin Und Wie erbärmlich Um mich zu vernichten Hast du dich zu einem Menschen gemacht Was ist nur aus dir geworden Hylia Du warst einst nobel und tapfer Nein Jetzt Jetzt kannst du doch nicht Bado Oh ich hab sie Ah ja Hilf uns echt aus der Passe Ja Gott sei Dank Kümmer ich kümmere mich um Zelda Äh ja und Wie und ich jetzt Gott sei Dank Und ich muss jetzt gegen den da ran Oder wie ist das Du und dieser andere Mensch Ihr wollt der Göttin also beistehen Wie amüsant Die Menschen die ich kannte Waren jämmerliche Gestalten Die vor Angst nur heulen und winseln konnten Keiner von ihnen hat auch nur versucht sich mir zu widersetzen Sie haben sich nur hinter ihrer Göttin versteckt Diese Feiglinge Das geht ganz schön auf die Stimmbänder Wirklich interessant Dass es nun ausgerechnet Menschen wagen Sich mir in den Weg zu stellen So sei es denn Wenn du den Mut wirklich aufbringst Kämpfen wir an einem Ort An dem uns niemand stören kann Verzeihung Hör zu ich soll dir was von Mütterchen ausrichten Ja wie was denn Frische Unterwäsche anziehen Auch wenn dieser Kerr Zelda's Seele in sich aufgenommen hat Dauert die vollständige Verschmelzung noch einige Zeit Wenn du also schaffst ihn zu besiegen Bevor die Verschmelzung abgeschlossen ist Ich bitte dich Du kannst es schaffen Wenn jemand Zelda noch retten kann Dann du Okay Fettsack Dann Steigen wir doch mal in den Ring Oder Wohin willst du Flieh wenn dir dein Leben etwas bedeutet Verbringe die wenigen Tage Bis die Welt endgültig meines In Verzweiflung Oder warte das Ende Doch wenn du dein Leben Als sinnlose Geste des Widerstands Wegwerfen möchtest Dann Werde ich auf dich warten Hey das sind ja super Optionen Ich freue mich Ich bitte dich Leute jetzt muss ich aber Mal eben Also ich würde sagen Als Als Belohnung für meine Synchronisations Leistung Darf ich jetzt erstmal was trinken Weil Das hat jetzt gerade echt Mein Hals zerfetzt Aber ich fand es gut Also ich fand es Ich fand es ihr Fand ich dir das auch gut so Oder Oder soll ich das sein lassen Meine Viel Gelegenheit Wird sich ja eh nicht mehr bieten Aber ich finde das besser Den Personen in der Stimme Noch eine eigene Persönlichkeit zu geben Wenn ich verstehe was ich meine So jetzt wollte ich mal eben gucken Wir haben noch 6 Herzen Damit möchte ich so nicht arbeiten Ich möchte gern Volles Repertoire am Start haben Und dafür gehen wir glaube ich am besten Nach oben Hop Man hier muss es doch irgendwo Herzen gehen Hop Hier irgendwas Wo ist denn hier jetzt eigentlich Da ist der Tempel Ja gut da können wir auch hochlaufen Äh ja also mit 6 Herzen Das funktioniert nicht Das kann ich auch so sagen Selbst mit Der einen Fehl die wir noch haben Ich möchte wenn dann Wirklich mit vollen Wie sind das da? 20? 20 Herzen da rein starten Ansonsten kommen wir echt In die Bredouille Das Möchte ich mir und euch Nicht zumuten Ach komm mal Da kann man sich hochziehen Ist ja interessant Ähm Frage ist nur Wo kriegen wir Herzen her So auf die Schnelle Ähm Das ist eine gute Frage 10 Punkte für Gryffindor Komm hier im Tempel Muss doch noch irgendwas Muss doch noch irgendwas geben Wenn jetzt einen Schluck Red Bull ist Das wird ja schon helfen Wo ist ein paar Ach wir sind hier Das war wirklich knapp Du kannst Ich wünschst Dass du mich hast Ja Ich mache dir keine Sorgen Ich passe auf sie auf So als ich fände das Und ein Tugger Können zeigst ihm Ich zähle auf dich Yo Und du da Hab keine Angst Es geht dir gut Sie fängt da hinten Ja Habt ihr denn irgendwie mal Was zum frisch machen für mich Ja gar nichts Es sei auch tolle Freunde Ihr seid tolle Freunde Ach hier ist ein Stuhl Der reicht mir schon Man muss ja nur mal ein bisschen hinsetzen Und dann Erledigt sich die Sache von War da unten auch einer Ich glaube nicht Aber ich finde das einfach so stumpf Dass man sich hier hinsetzen muss Und die Herzen aufgeladen werden Gut Und praktisch Aber irgendwie stumpf So Jetzt gibt es auch Fressbrett Ich habe das Gefühl Das wird jetzt auch schon Der letzte Part sein Weil den Kampf gegen den Todbringer Möchte ich ungern unterbrechen Zack Und der ist eigentlich auch echt Eine schwierige Nummer Da muss man Erstmal rausfinden Was ist Gebieter Ich habe dir was zu berichten Wenn du hier weiter gehst Liegt die Wahrscheinlichkeit Dass du nicht mehr zurückkehren kannst Ohne den Kampf beendet zu haben Bei 100% Fühlst du dich bereit für den Kampf? Jo Gebieter Ich bin immer bei dir Gebieter Viel Glück Na ja Was Muss Das muss Wow Einmal warpen Bitte Wo geht es denn hin? Alter Was Wasser? Himmel? Wo hast du Fettsack mich hingebracht Mann Du bist wirklich gekommen Du scheinst es tatsächlich Ernst zu meinen Menschlein Sieh dich gut um Das ist das letzte Was deine Augen je erblicken werden Ey ich bin nicht für Smalltalk hier Guck mal auf Uhr Spät Ich hasse die Götter Endlich habe ich meine Kraft zurück Ich werde dich zermalmen Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort Ja Von nun an Erzittert die Welt Unter meiner Herrschaft Ich werde jeden Der es wagt Die Hand gegen mich zu erheben Auslöschen Ah nicht mal ein paar Schuhe Kannst du dir leisten Sei froh dass du deinen komischen Lentenschurz hast Also sowas Nackig rumlaufen Und auf Große Welle machen Und die unendliche Macht Wenn ich erst das Triforce habe Dann gehört diese Welt den Dämonen Top Aussichten Scheiße was mach ich denn jetzt Ich kann So Oh Ja der haut echt einfach Man muss echt gucken Rechts Links Da muss man schon schauen dass man auf einer Seite Wow Da muss man gucken dass man sich nicht erwischen lässt Von dem fetten Sack hier Ja Ja Komm her Und ne Bam 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 Wow Aller Wie viel hält er aus Au Oh Kann man da irgendwas machen Wenn der Viel geht da nicht Weil selbst wenn man hier Wow Weil selbst wenn man die Schilderte gemacht hat dann weicht er nicht wirklich zurück Was hast du jetzt Was macht er jetzt hier Highlander oder was Es kann nur einen geben Wow Geh mal weg Wow So In dieser Phase muss man ihn Halt Wow Oh oh Ich weiß nicht wo er ist Ah Oh Fieser Fettsack Au 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 So. Und bam, 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 bam. Und... Ah, verdammt. Und noch mal. nein aber was gibt es doch nicht eine fehl haben wir noch eine haben wir noch oder ja die letzte es gibt es doch nicht alter hau rein ja verzeihung ich bin mal am husten hier das sollte doch jetzt reichen oder warum steht der ein menschlein besiegt von einem menschlein beeindruckend aber merkt ihr es ist nichts vorbei mein hass meine dämonen beides wird ewig bestehen es wird nie aufhören ihr beide mit dem blut der göttin und dem mut des helden ihr sollt für alle zeiten verflucht sein die verkörperung meines bedodenlosen hasses wird euch auf ewigkeit in einem blutigen meer der finsternis verfolgen ja und das war die geburtsstunde des dämonen ganondorf sondern canon mit dem hat alles angefangen also ist ganon ein dämon wir haben es geschafft hurray noch eben schnell das böse einsaugen vernichtung des todbringers bestätigt sondern noch verbliebene essenz wird in das master schwert übertragen die versiegelung ist abgeschlossen das hätten wir auch besser verpacken können nicht so digital ja das wird es wohl jetzt gewesen sein das hast du gut gemacht danke es ist vorbei wirklich vorbei ey nicht heulen nicht übel ihr beiden danke dass ihr euren bescheidenen beitrag zur legende des helden bardo geleistet habt war nur ein witz natürlich natürlich auch du hast eine wichtige rolle gespielt vielen dank ach quatsch ich bin froh dass ich helfen konnte nachdem wir fertig sind will ich endlich meine zeit zurück das mütterchen hat sich sorgen um euch beide gemacht wir müssen schnell zurück damit sie sieht dass es euch gut geht na gut wow kürchen hülya ich meine selda ich bin so froh dass ihr in sicherheit seid gebieter ich muss dir etwas sagen ich muss dir etwas sagen sahan ha oh beschützer beschützer der als mensch wiedergeborenen göttin bezwinger des todbringers rijo der held meine bestimmung meine bestimmung nicht zu führen hat sich hat sich nun erfüllt das bedeutet gebieter hier trennen sich unsere wege wenn du das schwert wieder in seinen sockel steckst ist meine arbeit getan ich werde zurück in den ewigen schlaf in einen ewigen schlaf fallen aber du hast deine bestimmung meisterlich erfüllt gebieter bitte bringe das schwert zurück an seinen platz und erfülle so den willen der göttin entbinde mich nun meine aufgabe gebieter oh oh ah was muss das muss und ruhe hier kein gelaber von der seite mehr endlich kann ich wieder in ruhe denken nein quatsch war schon nützlich aber die hat viel gequasselt soll sich die nächste held drum kümmern ja ruhe ruhe ich kann endlich wieder meine gedanken hören was is für ihn heute kömissuppe oder was rijo äh ja meine meine mir von der göttin auferlegte bestimmung war es sich als helden zu leiten nachdem ich geweckt wurde war dies die pflicht die ich als dienerin der göttin zu erfüllen hatte aber unsere gemeinsame zeit ist nun die wertvollste erinnerung die ich in mir trage ja ich war der einzige der die meine ruhe zugehört hat war ich kann die herzen der menschen nicht analysieren aber nun da unsere reise hier ende gefunden hat und ich mich wieder in im masterschwert zur ruhe begeben muss beginne ich etwas zu spüren ihr menschen nennt dieses gefühl freude nun da meine bestimmung erfüllt ist beginnt mein bewusstsein bereits in schlaf zu verfallen ich möchte dir noch etwas sagen das mir von unserer reise besonders in erinnerung geblieben ist du hast es auf deinem weg oft gehört und nun möchte ich äh möchte auch ich es dir sagen danke mein gebieter habe ich sie schon zurück geschickt und die quasselt immer noch vielleicht werden sie unsere seelen irgendwann erneut begegnen irgendwann ja mag das sein so muss ruhe gut dann ist jetzt ruhe aber Impa du musst mit uns kommen selber ihr besitzt die hüligas erinnerungen ihr wisst doch ich gehöre in diese zeit ja aber aber kehrt zurück in eure zeit ich werde das portal zerstören sobald ihr hindurch gegangen seid aber nach all dem was wir zusammen erlebt haben kann ich dich hier nicht alleine zurücklassen bitte Impa kommt mit uns ich bin durch das zeit portal gegangen um euch zu beschützen und die welt zu retten Moment mal Moment mal wir haben die welt gerettet wir die welt zu retten wie hüligas bestimmt hat jetzt wird die verbliebene essenz des totbringers in diesem schwert festgehalten jemand muss darüber wachen er darf nicht wieder erwachen er darf die welt nie wieder bedrohen das ist unsere aufgabe wir shika sind stolz darauf dass die göttin uns dafür auserwählt hat die unendliche kraft des triforce ist zu mächtig und blind darauf zu vertrauen nach der erfüllung seiner aufgabe muss es vor der welt verborgen ruhen die göttin hülya hat mich dies gelehrt wisst ihr noch ich habe die ganze zeit gepennt ich weiß gar nichts mehr wir werden uns wiedersehen ganz bestimmt nun geht zeit portal ist geladen und es ist weg weil sie in der vergangenheit zerstört wurde wöch 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 na den armreif kennen wir doch Boah, ist sie alt geworden. Respekt. Mein Gott. Oder wurde es über Generationen weitergereicht? Nee, doch nicht. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Ja, das hast du. Hä? Ähm. Das war ein kurzes Wiedersehen. Impa, ich danke dir. Danke. Da ist das Schwert. Was ist jetzt los? Mach das Licht aus! Ey, mal eine bekannte Melodie. Jetzt ist das Schwert da, wo es hingehört. Ja, kommt noch was? Ich überlege gerade. The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, das Spiel zum 25-jährigen Jubiläum und die Vorgeschichte zu allem, was bisher passiert ist. Ist jetzt nach dem Logo noch was zu erwarten oder kommt nur Musik? Dadam, dadadadadadam. Ah, okay. Da kommen die Credits. Ähm, ja. Ich muss sagen, es war ein Zelda-Spiel der etwas andere Art. Ich will jetzt mal mal so ein kleines Fazit. Äh, ja. gibst du, ich hab's jetzt ja nicht zum ersten Mal gespielt und ja, es ist mir beim ersten Mal sind mir auch schon ein paar Sachen sauer aufgestoßen die sich jetzt nochmal bestätigt haben dieses Sammeln und Aufwärtssystem das hätten sie irgendwie ich weiß nicht anders verpacken können wahrscheinlich diese Gegenstände zu sammeln das hat auf Dauer hat das mir persönlich nicht wirklich Spaß gemacht, das muss ich leider, leider sagen ähm, ein anderes Ding ist das mit dem Wolkenvogel und allem, und dem Wolkenhort an sich das ist auch an sich eine sehr schön gemachte Sache gewesen, ich fand's auch schön dass man mit dem Vogel fliegen konnte dass man verschiedene Inseln hatte mein einziges Problem daran war dass man schon echt ein paar Minuten geflogen ist bis man dann mal da war, wo man hin wollte ich weiß nicht, ob das so ein künstliches was zur Hölle ist da denn los ach, das sind die Szenen, äh die wir nicht gesehen haben also quasi als Zelda mit Impa unterwegs war ähm, jedenfalls, dass man zwischen den Sachen viel zu lange allein rumlaufen und nix tun ja ich finde schön, dass du die die Stellen noch im Hintergrund zeigen das ist so schön gemacht also die ist jetzt ja Zelda, da durch die verschiedene Tempel gereist um die Reinkarnation von Hylia zu werden und, äh was ich auch super fand äh es gab Geron es gab Geron ich fand's schade, dass es keine Zoras gab die haben mir ein bisschen gefehlt die hätten sie eventuell eventuell hätten sie die Zoras statt diesen komischen Drachen Viechern da einbauen können äh aber ansonsten ja die Mockmas waren auch schick und ähm ich bin mal gespannt wie das neue also das neue in Anführung schrien erstmal kommt mir noch das Hyrule Warriors und zwar oh, lasst mich lügen äh im September diesen Jahres kommt es glaube ich raus also 2014 September äh soll eine etwas andere Art von Zelda Spiel werden also wenn euch Hack and Slay ein Begriff ist das war das was wir quasi im letzten Part schon gemacht haben große Gegnermassen mächtige Attacken und sich dann durchschnetzeln ähm wird glaube ich wenn ich das alles richtig mitbekommen habe nicht von Nintendo entwickelt sondern von einem anderen anderen Studio äh ich bin deswegen gespannt was sie aus diesem Spiel machen wirklich überzeugt bin ich noch nicht und ja zum Zelda HD was ja auch angekündigt wurde auf der E3 ich hab ja alles verfolgt um Nintendo rum auch der Super Smash Bros das bald rauskommt da freu ich mich ja eh schon seit Ewigkeiten drauf ähm ja beim ja beim beim Zelda HD wo so oder das soll Shattered Nightmare heißen ich weiß nicht mehr genau ähm wollen die wieder ein Cell Shading Look etablieren also wie einem das schon aus so Wind Waker bekannt ist und als ich die Version von Link im Trainer gesehen habe muss ich sagen sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus äh wer will kann sich den Trainer mal angucken der müsste mittlerweile hier irgendwo auf YouTube rumgeistern ähm ja das war ansonsten war mein Problem bei diesem Spiel es war irgendwie alles zu ich weiß nicht es ist einfach zu niedlich gemacht ich will das jetzt nicht schlecht reden aber mir hätte ein Zelda Twilight Princess Ableger oder halt irgendwas mit grafischer Ähnlichkeit hätte mir glaube ich besser gefallen als äh so wie wir es jetzt hier haben in so einer halb was ist das halb Ocarina of Time Twilight Princess und halb The Wind Waker äh das passt irgendwie das passt nicht ich hab da ich krieg da keine Verbindung zu deswegen ich fand's bei Ocarina of Time war es super da war es düster bei Twilight Princess war es auch mega düster äh beziehungsweise alles etwas düsterer gehalten und ich finde das mal echt imposant mit diesen Robotern im Hintergrund das ist schick schick ja äh was haben wir hier noch General Producer Shigeru Miyamoto das ist glaube ich der Urvater der Zelda Spiele dann haben wir noch Executive Producer Satoru Iwata der Typ der wohl alles überwacht hat und der die Musikstücke hier hat ja ich hab ja hier die Limited Edition da ist er extra die CD mit bei und ähm da ist eine CD mit den Soundtracks aus dem Spiel mit bei das finde ich schön die hab ich mir so auf den MP3 Player geklatscht weil die sich einfach super anhören und dann kann ich jetzt auch glaube ich schon aufhören zu labern ähm und würde sagen ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen ich hoffe dass euch dieses Let's Play gefallen hat und dass ihr auch bei meinem nächsten Let's Play wieder dabei seid vielen Dank macht es gut bis zu beim nächsten Let's Play Ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020